Also ich meine nur so. Scheiße. Ähm. Oh fuck. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ähm. Das wird auf jeden Fall die Gebiete hier auch treffen. Sollen wir das jetzt heute noch machen oder nicht mehr in der nächsten Stream oder sowas? Ihr werdet wahrscheinlich sagen ja. Perfekter Cliffhanger. Ja, würde ich auch sagen. Eigentlich schon. Hm. Aber das dauert jetzt noch Ewigkeiten bis der... Mach bitte weiter. Mach bitte weiter. Ja, danke. Das gibt's doch nicht. Ähm. Gut. Wir machen noch ein bisschen. Alter, bin ich eine kaufbare Hure, ey. So. Jetzt hör's aber bitte auf, sonst wird das zu viel. Hey. Wann schlägt denn das ein? Steht da schon... Ne, weil... Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir hier gegebenenfalls evakuieren. Ähm. Ich baue mal noch schnell einen. Ach so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht alles abdeckt, aber okay. Wir brauchen aber auch nur hier den vorderen Bereich, der evakuiert werden muss. Sollte evakuieren. Ach so. Hier hinten ist auch gar kein Empfang. Ähm. Puff. Dankeschön. Hast du dir verdient, schreibt er. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Ähm. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller handeln als sonst. Obwohl doch, hier ist ein Sendeturm, aber das ist so ein schwacher. Ähm. Wir brauchen, glaube ich, mal was stärkeres hier. Weg damit. Oh. Es geht jetzt schon los. Ach du Scheiße. Ähm. Hups. Da kippt schon was um. Äh. Sollen wir nur einen 1, 1.0er. Da hinten wird es auf jeden Fall brennen. Alter. Ich habe gerade eine volle geile Idee. Äh. So. Was hältst du denn davon? Ist das nicht geil? Hups. Äh. Warte. Ich will nur gerade alle Richtlinien da rausschalten. Äh. Weil dann sieht es etwas besser aus. Äh. Hallo. Was ist denn jetzt noch an? Okay. Egal. So. Was hältst du davon? Für die, für die, für die Spenden. Warte mal. Wie viel waren es jetzt? Es waren insgesamt 25 Euro, ne? Äh. So. Krater. Wird das so geschrieben? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Damit, ähm. Ja, ich finde das auch geil. Vor allem, weil das jetzt immer da dran steht. So. Schön. Okay. Äh. Wie sieht es hier aus? Hat es hier gebrannt? Nein. Wird denn hier evakuiert? Evakuiert, evakuiert, evakuiert. Okay. Das können wir aber jetzt abbrechen. Ein zerstörtes Gebäude, drei brennende Gebäude, sieben brennende Bäume. Keine Verluste. Cool. Sehr gut. Wo brennt denn hier was? Hat der irgendwo anders? Achso, das Ding hier ist weggeraucht. Feuerwehrturm. Wiederaufbau. So. Sehr schön. Mach ich jetzt übrigens für alle, die in Cities Gardens spenden. Ah, das können wir noch währenddessen machen. Wir können den hier auf jeden Fall verschieben. Weil hier hinten ist ja gar keiner. Ah. So. Machen wir hier auch mal einen, falls hier nochmal was schief geht. Weil hier hatte ich schon oft Probleme an der Kante. Dann können wir das noch gerade wegmachen. Und damit ist ein ganzes Viertel ausgestorben. Komisch, ne? Ah, damit kann auch die U-Bahn unten drunter umgelegt werden. Oh Gott, okay. Das machen wir jetzt noch. Pff. Äh. Ich kleine kaufbare Hure, ey. So. Das kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Kann weg, habe ich gesagt. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken mit der U-Bahn. Da ist nämlich, glaube ich, keine drunter. Unter den Gebieten hier zumindest. Ich überlege dann, die U-Bahn-Station dahin umzubauen. Ich melde die auf jeden Fall schon mal ab. Das heißt, der Pferd momentan nur bis hier. Dann können wir das mal gerade alles rausreißen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das müssen wir momentan nicht. Das kann auch weg. Weg. Okay. So. Lili, da ist gerade was dazwischen gekommen mit dem Streamen und es ging um Geld. Pff. Nein, ich werde gleich auch beenden. So. Und dafür, Lili, da hast du Pech gehabt. So. Ich lasse mein Gefühl in freien Lauf. Pff. Pff. So. Zwei Stationchen. Dann machen wir hier auch nochmal zwei. Pass auf. Neun Fisch. Hundertfünf. Ich brauche aber auch hundertzwanzig. Mann, da können wir da auch so eine Vierer-Ding jetzt draus machen. Pass auf. Da und. Da. So. Ähm. Ja, warte. So. So. Hey. Jetzt. Ähm. Oh, das ist jetzt schief, aber egal. So. Das ist jetzt die neue Bahn für die Arbeiterviertel. Achso. Ja, okay. Ich wollte doch sagen, so rum geht es doch auch. Ähm. Wo? So, so und so und so. Jetzt müsste es eigentlich einmal rumgehen mit der Bahn. Guck mal, da ist noch einer. Weg ist er. Das hier wird dann bald auch nicht mehr benötigt. Die Straße hier. Die Straße hier fällt komplett raus. Krass, wie das dann alles wieder zurückgeht langsam, wenn man mal Sachen wegreißen muss. So, übrigens kommt Lilly wirklich nicht mit Spielen. Äh, mit Schuhen. Die will wirklich lieber ein Spiel haben. Das ist grausam. Ich habe die so ein bisschen für Videospiele angesteckt. Ah, so ein bisschen nur. Das meiste hat sie selber gemacht. Das ist auch eine schöne Front hier. Nicht. So. Ähm. Ach so, wir können jetzt auch das hier weg machen. Oh yeah. Squeech, 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 squeech. Ups. Ah. So, ihr werdet jetzt wahrscheinlich umziehen. Ja, ganz genau, dachte ich mir. Hast du gar nicht? Ich habe auch vorher schon gespielt, aber jetzt spielst du mehr als vorher. Pfft. So. Gut. Ich würde sagen, wir beenden es auf diesem Punkt. Wir haben jetzt noch ein bisschen was gemacht. Und ich quittiere das hier mal gerade. Ich habe ein neues Lieblingswort gefunden. Quittieren. Was machen wir jetzt? Ähm. Gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an Marius von. Und, ähm. Ja. Wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Livestream. Video. Sonst irgendwas. Schaut dann nochmal rein. Ich mache jetzt wirklich mal Schluss, weil ich muss echt ins Bett. Ich habe heute viel zu viel Sport gemacht. Und viel zu wenig Schlaf gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.